Als Jäger sieht man sich öfter mal dem Vorwurf konfrontiert, man würde das Ganze nur wegen der Trophäenjagd machen. Wer sowas sagt, der hat sich in meinen Augen in den Jagdzimmern dieser Bundesrepublik nicht richtig umgeschaut. Moin, Stiefelzeit! Also was ist jetzt mit den Trophäen? Zuerst einmal müssen wir klären, was ist überhaupt eine Trophäe? Eine Trophäe kann Verschiedenes sein. Eine Trophäe ist einmal das bekannte Geweih vom Hirsch. Eine Trophäe kann aber auch sein Zähne vom Wildschwein, Haare vom Wildschwein. Als Trophäe würde ich bezeichnen das Fell von einem Fuchs beispielsweise, die Federn von einer Ente. Das alles können Trophäen sein. Und aus diesem Grunde würde ich sagen, besser als der Begriff Trophäe ist eigentlich der Begriff Andenken. Eine Trophäe ist in meinen Augen nicht mehr und nicht minder als ein Andenken an ein jagdliches Ereignis. Dieses Andenken an dieses jagdliche Ereignis hänge ich mir natürlich zu Hause an die Wand. Also manche fahren in Urlaub, wollen sich daran gerne zurückerinnern, nehmen Postkarten mit und sammeln die Postkarten und hängen sich Postkarten zu Hause an die Wand, um sich an ihre Urlaube zu erinnern. Heben leere Weinflaschen auf, die sie vielleicht da irgendwo am Strand getrunken haben und dergleichen mehr. Im Endeffekt ist das gleichzusetzen. Am Beispiel des Hirsches und der Geweihentwicklung möchte ich jetzt einmal ganz kurz umreißen, wie das Ganze so abläuft im Groben. Wie gesagt, das ist immer verschieden, weil ja auch die Andenken, die Trophäen immer verschieden sind. Aber beim Geweih ist es ungefähr so. Der Hirsch, der männliche Hirsch kommt auf die Welt. Der männliche Hirsch, also es gibt ja nur einen männlichen Hirsch. Der Hirsch kommt auf die Welt, hat keinen Geweih. Ich setze vor, oder wir setzen es mal voraus, die körperliche Entwicklung ist gut. Das heißt, das Geweih wird immer stärker. Von Jahr zu Jahr wird es immer stärker. An dem Zeitpunkt, wo der Hirsch seine körperliche Konstitution am besten ausgewickelt hat, ist das Geweih am stärksten. Danach beginnt ein natürlicher Rückgang der körperlichen Konstitution aus Gründen des Alters. Wie bei uns Kerlen im echten Leben auch. Irgendwann ist der Lack ab und dann geht es halt langsam Richtung Erde. Bei den Hirschen ist das genauso. Und die Geweihentwicklung geht ab dem Moment zurück. Und ich glaube, das ist der Punkt, den viele nicht kennen. Die Geweihentwicklung würde sowieso zurückgehen. Irgendwann ist es so, dass man von Mönchhirschen spricht, die so ganz kleine Stumpen haben. Da ist nichts mehr von über. Wenn ich jetzt als Jäger ein Revier habe und Hege betreibe, das heißt Pflege, ich möchte eine Lebensgrundlage schaffen für die Wildtiere da drin. Denn eins dürfen wir mal an der Stelle nicht verkennen. Ich glaube, es gibt niemanden, unstreitbar niemanden, der ein größeres Interesse daran hat, dass viele, dass möglichst viele Tiere in einem Revier leben. Auf einer Landschaft leben, in einer Landschaft leben als der Jäger. Denn er möchte ja so viel wie möglich an Fleisch gewinnen. Wohingegen jetzt beispielsweise das Rehwild gerade für die Forstwirtschaft immer ein Problem darstellt, weil die ja die jungen Bäume verbeißen. Die Forstwirtschaft ist ja darauf aus, Bäume zu reproduzieren. Ist ja der Jäger darauf aus, möglichst viel Fleisch zu gewinnen und mit nach Hause zu bringen. Also der Jäger hätte ein größeres Interesse daran, dass viele Rehe da leben als zum Beispiel der Förster. Nur mal, um das mal so am Rande zu erwähnen. Wir müssen uns klar machen, dass eine Fläche immer nur für eine gewisse Anzahl an Tieren Nahrungsgrundlage bietet. Wenn es mehr Tiere gibt, als die Fläche das zulässt, kommt es zu einem Nahrungsengpass und die Tiere setzen in ihrer körperlichen Konstitution zurück. Das heißt, auch das Geweihwachstum ginge zurück, selbst wenn das Tier noch nicht sozusagen diese Altersschwelle überschritten hat. Das heißt, ein gutes Geweih an der Wand hängen zu haben, ist ein Indiz dafür, dass du eine gute Hege in deinem Revier betrieben hast. Und eine Hege kann auch sein, oder eine Hege beinhaltet auch die Hege mit der Büchse. Das heißt, die Tiere, die zu viel sind, werden geschossen. Das Fleisch wollen wir konsumieren, das heißt, wir müssen sowieso Tiere schießen. Und in dem Zusammenhang werden die Tiere geschossen, die nicht so stark sind, wie das, was sich bis zur körperlichen Konstitutionsspitze durchsetzen soll. Um das jetzt mal an einem Beispiel klarzumachen, möchte ich euch einen Ausschnitt aus meinem bescheidenen Jagdzimmer zeigen. Jagdzimmer ist zu viel gesagt, es ist eher Schuhkartonartig groß und legt sich wie ein Blinddarm um unsere Wohnung rum. Aber da hängen nun mal die Geweih, deswegen ist das Jagdzimmer. Vom Bauchgefühl würde ich jetzt mal sagen, dass 90 Prozent aller Jagdzimmer in Deutschland genauso aussehen. Du hast vielleicht ein paar schöne Trophäen, weil das Tiere waren, die auf dem Zenit ihrer körperlichen Verfassung geschossen wurden. Die hätten danach sowieso zurückgesetzt, die wären danach sowieso schwächer geworden. Und im Sinne der Nachhaltigkeit ist es immer nur ein gewisser Prozentsatz. Du willst ja möglichst viel Tierbesatz in deinem Revier haben. Ein bisschen nimmst du davon ab. Und da entscheidet man sich in der Regel immer für die schwächeren Tiere, damit die Stärksten überleben und ihre guten Gene weitergeben. Ich hoffe, ich konnte das jetzt so ganz grob einmal klar machen, wie sich das aus meinen Augen verhält. Trophäen, Andenken, Ja oder Nein? Haut's in die Kommentare, wie ist eure Meinung dazu? Fragen oder Anregungen gerne hinterher, schnacken wir drüber. Mir bleibt nicht mehr zu sagen, ich verbleibe freundschaftlich. Call to Action und Horido. 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 Vielen Dank.